So, was haben wir jetzt da? Ja, fast alle Zellen, weil viele fehlen. DPD hat die noch nicht geliefert. Und zwar werden die Batterien jetzt zurückgehen, weil eigentlich habe ich mir gedacht, wenn das gut läuft mit den Batterien, dann werde ich einen Batteriesatz verkaufen. Aber das kann ich nicht verkaufen, das geht nicht. Das kann ich nicht mehr, weil mir das charakterlich schon gegen den Strich geht, dass ich irgendwas verkaufe, was mir selber nicht passt. Und dann garantiere ich auch noch, was sollst du denn da machen? Du möchtest zwar keine Garantie geben, aber dann kommt 100% der Garantie voll bei seinen Batterien. Und jetzt zeige ich mir warum. Die hat ja die Schraumbackerl, diese Schraumbackerl, die da, die hat ja einfach in die Packung mit reingeschmissen, die haben sich geöffnet, so wie jetzt da, und haben da die Batterien alle beschädigt. Genau, drei. Auf der anderen Seite auch noch eine. Und dann habe ich da noch Bäuche in den Zellen drinnen, aber es sind mehr Bäuche, überall sind Bäuche. Ich habe jetzt aufgehört zum Markieren, weil mir das zu viel geworden ist, weil da ist zum Beispiel eine, die ist riesig, der Bauch. Das kannst du total vergessen. Da, das ist extrem. Die ist total im Arsch, die Zellen. Und sowas hat mir der jetzt verkauft, weißt du. Also, das macht doch keinen Sinn, oder? Das kann ich nicht verkaufen und kann es auch nicht selber nutzen, weil ich nicht weiß, was mit den Batterien ist, wenn ich nicht da bin. Und sowas traue ich nicht. Meine schwarzen Batterien waren viel besser. Die haben zwar nicht die Kapazität gehabt, waren von selben Verkäufer, aber die haben wenigstens, äh, ja, zum Zusammenschirm gehen. Da habe ich jetzt drei gefunden, drei Stück, drei, drei Zellen von 42. Drei Stück, die, die zusammenpassen, also die, die keinen Bauch haben. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht könnt ihr noch welche, aber ich habe keine Lust, also nochmal suche, weil da, da habe ich auch noch Zellen drin mit Bauch, die, die, die gehen auch nicht ganz zusammen, die lassen sich auch nicht komprimieren. Da, die haben die auch einen Bauch, zeigt mir. Ja, genau, da ist er ganz, ganz schlimm. Und da haben wir auch einen Bauch, ist es, überall. Da haben wir auch einen Bauch, ist es entno, das passt auch nicht zu. Da, also, das ist echt der Witz. Jetzt kann ich, kann ich natürlich schauen, dass ich das zurückgeben kann und das wieder abgeholt wird und ich das Geld von Ali Baba wieder kriege. Das kann funktionieren. Die Gebühren, die bin ich los, weil Ali Baba gibt da nichts zurück, was du an Gebühren zuletzt, für die Überweisung. Ja, und, ja, dann, weiß ich nicht. Vielleicht kaufen wir doch einen Great-Einsatz. Oder auch nicht. Oder ich investiere das Geld lieber in meinen Benz. In meinen 202er und rüchst den her. Genau. Scheiße, das ist jetzt ein blöder Start. Eigentlich wollte ich wirklich einen Satz verkaufen und wirklich war den besten Satz, den ich gehabt hätte. Den hätte ich dann verkauft, weil das kann man nämlich auch, wenn dann jemand von mir hat, das wo ewig und drei Tage läuft. Aber es geht nicht, weil ich schon wieder von der roten Fraktion verarscht wurde. Verdammt, dann müsst ihr. Jupp. Eisel. Return to Robben. Okay.